Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardback. Heute gehen wir mal auf ein spezielles Thema ein und zwar das Thema RTX 4070 Ti und der Preis dieser Karte und auch der Anbindung des Grafikkartenspeichers mit 192 Bit. Und dabei werden wir zwei, drei Spiele testen und uns auch mal im Vergleich anschauen, wie schlägt sich denn die Konkurrenz bzw. die Karten, die wir schon getestet haben. Das ist ja die 7100 XTX MBA Edition, also die Karte, die von AMD kommt und die Sapphire RX 7100 XTX Nitro Plus und dann nochmal die 4090 und das Ganze natürlich dann hier im Vergleich mit der 4070 Ti Trinity von Zotac. Dazu wird auch nochmal ein separaten Video kommen. Das ist quasi nur so ein Farbvideo, weil ich mir dachte, vielleicht ist das für einen oder anderen von euch interessant. Und das spiegelt hier meine Meinung wieder. Ich weiß, die Stimmung ist so ein bisschen aufgekocht anhand der Preise, aber versucht hier bitte sachlich zu bleiben, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich wünsche euch natürlich beim Anschauen des Videos sehr viel Spaß. Als erstes gehen wir auf den Preis ein. Und das ist so eine Sache, ich habe mir in der Exit-Tabelle mal was aufgelistet. Die Leistungsdaten dazu kommen dann im nächsten Video zur Trinity. Ich habe hier noch nicht die ganzen Diagramme fertig, vielleicht blende ich euch die Diagramme ein. Muss ich mal gucken, wie ich damit fertig werde. Aber wie gesagt, im entsprechenden Video zu der Karte wird es definitiv Diagramme geben. Also, wir haben ja einen Preis von 899 Euro. Das ist der günstigste Preis, was wir für eine 4070 Ti bezahlen. Beziehungsweise ich habe auch schon 879 Euro gesehen. Und das war allerdings für die Eagle OC. Und die Eagle OC von Gigabyte soll ein bisschen Spulenfiepen haben, also ein bisschen mehr Spulenfiepen. Und die Trinity, die habe ich für 899 Euro bekommen. Und man muss auch dazu sagen, die hat kein Spulenfiepen. Das kann ich euch mal sagen, die ist nicht wirklich laut. Leistungstechnisch ist auch noch ein bisschen was drin, falls ihr übertakten möchtet. Aber mehr dazu wird es dann demnächst in einem Video geben. Die 7900 XTX von AMD, die bekommt man ja aktuell für 1149 Euro. Wenn man sie denn will, aufgrund der Kühlerprobleme, naja, weiß ich nicht, ob man sie unbedingt kaufen soll. Aber demnächst, wenn die Karten dann verbessert wurden, könnte man ja eventuell wieder zu dem Preis kaufen, falls sie dann verfügbar sind. Aber aktuell kann man schon in diesem Preisbereich Karten bekommen. Und ein bisschen teurer, 1250 Euro rum, 1300 Euro rum, auch dann Custom Designs. Die Naito Plus, die ich getestet habe, die lag bei fast 1500 Euro. Also 1489 waren es, glaube ich. Und die 4090 habe ich hier einfach mal kategorisiert mit 1949 Euro. Zumindest das, was man aktuell für eine Gamework bezahlt. Nicht die Gamework OSC, die ich habe, aber immerhin eine Gamework. Und anhand dieser Preise kommen jetzt auch die Zahlen, die ich nenne. Klar, wenn sich das Ganze verändert, wo auch immer, dann variiert das Ganze. So, als erstes schauen wir uns mal an, wie das Ganze in War Thunder aussah. In War Thunder ist zumindest ein UHD Plus SSAA, was im Prinzip dann 8K entspricht, also vierfach SSAA. Ist natürlich die 7100 XTX, sei es Naito oder die MBR-Karte, schneller. Um genau zu sein, ist die MBR 15% schneller und die Naito 19% schneller. Allerdings, wenn wir dann auf den Preis schauen, ist die Preisleistung bei der 4070 Ti Trinity, zumindest für 899 Euro, im Vergleich zu 7100 XTX MBR besser. Weil die MBR-Karte ist 21% teurer und die Trinity ist ganze 40% teurer. Also eine ganze Ecke. Und wenn wir das Ganze dann nochmal anschauen, im Vergleich zu 4090, die 4090 ist 50% schneller wie die 4070 Ti und dann 53% teurer. Also schlägt sich hier definitiv besser als die AMD-Karten. Wie gesagt, ich habe hier keine XT drin, ich habe auch keine 4080 drin. Die 4080 wird sich aber schlechter schlagen wie die 4090, da sind wir uns glaube ich einig. Und die schlägt sich auch schlechter wie die 4070 Ti. Kommt aber wieder darauf an, welche bekommt man, bekommt man zu, VP oder nicht. Dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt einfach mal SSR ausmachen, also 4fach SSR und dann nur in UHD spielen in War Thunder. Und da ist es erstaunlicherweise so, dass die 4070 Ti dann schneller ist als die AMD-Karten. Insgesamt 6% schneller als die 7100 XTX im MBR-Design und 4% schneller als die Naito+. Wenn wir dann natürlich einen Blick auf die 4090 werfen, die ist dann 26% schneller, aber wir sind hier in so 100 FPS-Bereichen, das ist im Prinzip egal. Wir sind bei allen Karten über 200 FPS und hier ist es so, da spielt wahrscheinlich die CPU eine größere Rolle. Allerdings ist es wirklich so, dass die 4070 Ti je schneller ist. Und der Speicher ist hier noch nicht das Problem und ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir werden uns nachher nochmal den Speichervergleich anschauen mit OC, ohne OC. Auch in War Thunder, aber allerdings dann im Prinzip in 8K, das auch wenn es nicht nativ ist. Und dann habe ich mir nochmal angeschaut, wie sieht das Ganze in Call of Duty Modern Warfare 2 aus, 2022. Und da schleiden die AMD-Karten ja ziemlich gut ab. Und da ist es so, dass die 7900 XTX MBR-Karte 35% schneller ist, die Naito Plus ist 40% schneller und die 4090 41% schneller. Wenn wir das Ganze dann nochmal vergleichen, 21% teurer ist die MBR-Karte, also 7900 XTX MBR, 40% die Naito Plus und 53% die 4090. Und da sehen wir, dass mindestens in Call of Duty sich die MBR, also 7900 XTX MBR, sich deutlich besser schlägt im Preis-Leistungs-Vergleich. Allerdings ist das halt nur Call of Duty. Ja, ich weiß, es wird noch ein paar Spiele geben, die da ein bisschen mehr Speicher brauchen. Und da werden die AMD-Karten sich definitiv besser schlagen. Dementsprechend, man sieht, wir haben ein Szenario hier, wo es ungefähr gleich aufliegt von der Preis-Leistung her. Dann haben wir das Szenario, da ist die 4070 Ti besser. Und dann haben wir wieder ein Szenario, da sind die AMD-Karten schneller. Und man muss es halt wirklich so sagen, es kommt auf Spiel und Szenario an, sobald Waytracing drin ist. Je nach Spiel, je nach Auflösung ist dann wieder die 4070 Ti schneller. Und dementsprechend kann man nicht sagen, okay, die Karte ist zu teuer, die Karte ist zu teuer. Im Prinzip sind alle Karten zu teuer. Sagen wir mal ehrlich, alle Karten sind 200 bis 300 Euro zu teuer, meiner Meinung nach. Da könnte man schon etwas beim Preis runtergehen. Die 4070 Ti, fairer Preis, finde ich, wären dann 600 Euro. Und was heißt fairer Preis? Damals waren die Einsteiger-Karten bzw. die 70er-Karten deutlich günstiger, wer sich noch erinnert. Zum Beispiel eine GTX 4070, die hat man, glaube ich, für 300-400 Euro bekommen. Und das war auch der große Chip, der da drauf war, der dann nur ein bisschen begrenzt war. Und die Speicheranbindung war ein bisschen schlechter wie bei der 4080. Aber, naja, Preis-Leistungstechnisch war es damals deutlich besser. Aber gut, kommen wir zur Speicheranbindung. Da kann ich euch schon mal sagen, die Speicheranbindung mit 192 Bit finde ich echt nicht gut. Also ganz ehrlich, 256 Bit hätten es hier schon sein müssen. Und auch bei der 4080, die 256 Bit sind mir zu wenig. Ja, ich weiß, Speicherkomprimierung macht hier schon was aus. Aber wenn wir mal vergleichen, die 3080 Ti hat auch 5 GB Grafikkartenspeicher. Und die hat 384 Bit. Also das Doppelte. Ich habe jetzt leider keine 3080 Ti hier, beziehungsweise nicht mehr. Ich hatte ja mal eine. Dann hätte man das mal vergleichen können. Ich blende euch auch mal hier die Speicherbandbreite ein. Und ich blende euch auch die Speicherbandbreite der 4070 Ti ein. Ohne OC und einmal mit OC. Da seht ihr, was das Ganze bringt. Meine Karte, die ich hier habe, die kann ich ziemlich gut übertacken. Plus 2000 MHz im MSI Afterburner ist es möglich. Und dann springen wir von 500 GB die Sekunde auf 600 GB die Sekunde. Wenn wir mal ausrechnen, 192 Bit im Vergleich zu 256 Bit, dann fehlen hier im Prinzip so 6-7% rum, dass wir das Ganze simulieren könnten. Weil die Speicherbandbreite mit dem Speichertakt, der anliegt bei 256 Bit, wären dann um die 666 GB die Sekunde. Das heißt, 66 GB die Sekunde fehlen uns hier. Und wenn wir uns hier mal die Diagramme anschauen, dann sehen wir, dass der Speichertakt schon etwas bringt. Übrigens in Call of Duty, der 0,1% Low, der springt immer ein bisschen rum. Also achtet eher auf die Min-FPS und auf die durchschnittlichen FPS, weil da immer was Unterschiedliches rauskommt. Zumindest bei der Karte, bei der AMD und bei der 4090 habe ich das so nicht. Kann natürlich sein, dass das hier irgendwo im Speicher liegt. Aber wir sehen zumindest im durchschnittlichen Bereich und bei dem Min-FPS, dass wir hier etwas höher liegen. Und die Steigerung kann sich auch schon sehen lassen. Und dementsprechend bringt hier Speicher 10, beziehungsweise die höhere Bandbreite auf jeden Fall was. In Horizon Zero Dawn, da sehen wir den größten Sprung bei den durchschnittlichen FPS um 10%. Also schon eine ganze Ecke mehr. Und wir haben hier keine 10% mehr Speichertakt, muss man auch dazu sagen. Also das zeigt ja schon mal, wo es hingehen könnte, wenn wir, weiß ich, eine 4080 Light Edition bekommen oder so. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwie sowas. Aber gut, da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dann nochmal Shadow of the Tomb Raider in UHD plus Waytracing. Da sehen wir auch eine kleine Leistungssteigerung, die ist aber nicht so groß wie in Horizon Zero Dawn. Liegt hier auch eher daran, dass hier die GPU limitiert. Und dann das Ganze nochmal in War Thunder mit 4-fach-SSAA. Und da ist die Leistungssteigerung auch nicht so groß wie in Horizon Zero Dawn. Also das war wirklich der krasseste Unterschied. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob der Leistungsunterschied so groß ist, wie ihr gedacht hättet. Wie gesagt, mir fehlt hier ein bisschen Bandbreite, um wirklich 256-Bit zu simulieren. Und zum Thema, reicht der Grafikkartenspeicher aus? Ich habe verschiedene Spiele getestet, unter anderem die ihr hier in den Diagrammen seht. Und da lag ich maximal bei 10 GB. Und das auch nach längerem Spielen. Ich habe mir auch mal GTA 5 installiert und bin auch mal ein bisschen rumgefahren. Und da lagen wir dann bei 6-7 GB. Klar, mit bestimmten Mods wird man bestimmt auch drüber kommen. Allerdings muss ich euch dazu sagen, blende ich euch auch mal ein, bei der Grafikeinstellung, wo ich den Speicherverbrauch hatte, lagen wir bei 30 FPS. Also mit 30 FPS spielt natürlich keiner. Auch mit meiner 3080 Ti in der Vergangenheit hatte ich keine Probleme mit dem Grafikkartenspeicher. Aber ich muss dazu sagen, es gibt bestimmt Szenarios. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr da schon mal eins hattet, wo der Grafikkartenspeicher ausgelastet wird. Beachtet aber bitte. Umso mehr Grafikkartenspeicher oder auch Arbeitsspeicher ihr habt, umso mehr wird natürlich belegt. Das heißt aber nicht, dass ihr diesen Grafikkartenspeicher braucht. Er legt halt nur mehr ab und räumt halt nicht auf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eine 4090 eingebaut habe, liegt der insgesamte Speicherverbrauch höher, wie zum Beispiel mit der 4070 Ti bei gleichen Grafikkarteneinstellungen. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Und ich würde sagen, das soll es auch schon fürs Video gewesen sein. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich weise nochmal darauf hin, das ist kein Video, was hier pro Nvidia ist, sondern einfach mal aufzeigen soll, dass es ja irgendwo eine Doppelmoral ist, wenn man sagt, okay, die 4070 Ti ist viel zu teuer. Klar, es ist eine Einsteigerkarte und für eine Einsteigerkarte ist sie zu teuer. Aber eine 7900 XT ist meiner Meinung nach auch zu teuer. Eine XTX ist auch zu teuer. Alle Grafikkarten sind zu teuer meiner Meinung nach. Und dementsprechend sollte man das auf alle Karten beziehen und nicht nur eine Karte raussuchen oder zwei Karten und darauf rumreiten. Zumindest ist es meine Meinung. Jeder kann ja seine eigene Meinung haben. Ich hoffe mal, dass die Karten nicht so gut verkauft werden. Ja, ich weiß, ich habe selbst eine gekauft. Ich wollte sie aber unbedingt testen, um einfach meine eigene Meinung darüber zu bilden. Und wenn die Karten nicht gekauft werden, dann sinken die Preise, sieht man ja aktuell schon, bei so einigen Karten, beziehungsweise bei den neuen Karten. Leider hat man ja auch nicht mehr wirklich die Option, eine der alten Karten zu kaufen, weil sie nicht mehr auf Lager sind. Und mal ganz ehrlich, wenn wir die Wahl haben, eine 3080 oder eine 4070 Ti zum gleichen Preis, dann würde ich schon eher zu 4070 Ti greifen. Alleine, weil wir schon ein bisschen mehr Grafikkartenspeicher haben. Die Railtracing-Performance ein bisschen schneller, auch die Performance mit DLSS. Und natürlich ist der Stromverbrauch da ein bisschen geringer. Das ist dann halt immer so eine Sache, die man für sich abwägen muss. Man hat aber allerdings auch noch die Option, sich eine gebrauchte Grafikkarte zu kaufen. Vielleicht ist auch noch Garantie drauf, wer weiß. Und dann kann sich auf jeden Fall schon eine der älteren Karten lohnen. Man muss aber hier dann auch wieder abwägen, wie lange möchte man Garantie und so weiter und so fort. Ich bin auf eure Meinung gespannt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.